Das sind Felix und Lukas. Sie zeigen dir, was sich in der Ausbildung zum Mechatroniker bei der BSH in Nauen erwartet. Hier am unseren Standort produzieren wir Premium Waschmaschinen der Marken Bosch, Siemens oder auch Konstruktor. Ach und übrigens, vor kurzem ist die 20 Millionen Waschmaschine vom Band gelaufen. Bei uns sind über 400 Mitarbeiter beschäftigt. Darunter sind 14 Azubis und jedes Jahr kommen bis zu 6 neue dazu. Ein Mechatroniker konzentriert sich auf mechanische Arbeiten wie das Bearbeiten von Werkstoffen, Instandhalten von Maschinen und das Anfertigen technischer Zeichnungen, die Verdrahtungsarbeiten von Schaltschränken und deren Prüfungen sowie das Programmieren automatisierter Systeme in der Steuerungstechnik. Die schulische Ausbildung findet in der Werkstuhl-Ruchschule von Siemens in Berlin statt. Dort wird die Theorie in Zusammenhang mit der Praxis vermittelt. Zusätzlich gibt es in der BSH Nauen spezielle Lehrgänge zur SPS-Programmierung, CAD-Zeichnungen, aber auch externe Seminare. Und wenn du bereits eine eigene Wohnung oder Interesse an einem Ausgangspraktikum hast, unterstützen wir dich dabei. Worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt bei uns! WDR 2021